In deinem Haus lauern Sockenmonster und sie klauen alle deine Socken. Eine Socke und noch eine, bis keine mehr da ist. Wo sind meine Socken? Die schlauen Hauselfen helfen dir, deine Socken zu finden und sie zu Paaren zusammenzulegen. Sammle drei Sockenpaare und du gewinnst. Warum drei? Eins für die Füße, eins für die Hände und eins für die Ohren natürlich. Die Sockenmonster sind nicht sehr schnell auf den Beinen. Manchmal jagen sie nach Socken und manchmal schlafen sie auf halbem Weg ein. Das Monster sucht und jetzt ist es eingeschlafen. Sockenmonster ist ein lustiges Brettspiel mit einzigartiger Mechanik für die ganze Familie.